Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Quake. So, Mission-Pack steht an. Mein Leben geht sehr schnell sehr heftig flöten. Danke dafür. Euch gehts auch gut da oben, ne? Nein, leider nicht. So, der sollte aber gesessen haben. Vier Granaten. Vier Granaten. Schau mal einen an. Okay. Ähm. So, Richtung Mine erstmal. Ist das hier schon Mine? Hier. Da brauchen wir Silber, okay. Hm. Möglich wär's. Aber sonst ist hier glaube ich echt nicht so viel zum rumlaufen. Hm. Hier oben war ich ja schon. Da ist sonst nix. Ich glaube wir müssen noch ein bisschen fortschreiten. Ohja. 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 Die muss wieder hoch. Das ist schön. Gut. Nochmal Granatenwerfer. Mhm. Hm. Okay. Auch wieder Silber. Ähm. Miele ist offen. Miele ist offen. Miele ist offen. Wegen. Hauptminenschacht. Jetzt müssen wir es da mal hämmern. Ähm. Genau. Das waren insgesamt drei Secrets. Mal ein bisschen weniger als vorher. Machen wir mal. Ah. Ja. Na ich war trotzdem mal noch. Quote damage. So. Du ich critch. Ist ja nicht. Du. 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 Nix. Dann. Hm. Können wir aber hier gleich irgendwo hochklettern. Okay. Hm. Ah gut. Ich kann. Ah. Diana Jones lässt grüßen. Ich hab länger nicht mehr gespeichert. Ne? So. Das war ich. Da hinten hab ich ja aufgeräumt. Ja. Au. Hm. Den wollte ich ja nicht mitnehmen. Den Granotwerfer. Gut. Das war's dann mit. Speichern wir. So. Geht noch mal was kaputt hier? Wahrscheinlich. Da würde ich gerne hoch. Oh. Danke. Oh. Und wir haben Secret. Gut. Das kann man doch direkt mal speichern. So. Hm. Du backst doch auch ein bisschen durch die Gegend. Muss ich ja mal zugeben. Ah. Es bricht alles ein. Cool. Ah. Es bricht alles ein. Cool. Okay. Okay. Nein. Dann können wir glaube ich hier rüber. nur etwas mehr rein. A gak. Bama. 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 Das ist nur nicht was. Ah, du. Okay. So, wir haben die Laserkanone. Jetzt hier weiter. Noch ein paar Gegner. Können wir den Sprung schaffen? Jo. So, bitteschön. Das waren jetzt aber, na gut, Gutis und Gegner. GG sozusagen. Geht's weiter. Hi. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Fies. Schon fies, das Ganze. Ja gut, wäre es dann auch Ende gewesen. Go, go, go. Nein. Ich habe jetzt nicht mehr so unglaublich viele Möglichkeiten hier auszuweichen. Was nehmen wir denn da für eine Waffe? Aber geht's dann halt zu langsam? Allgemein hast du ihr viel zu viel Lebensenergie. noch ein Leben mitnehmen, wird das direkt bestraft. Gut. Ja, Laserwaffe ist gut. Haben wir da was ganz Gutes gefunden. Ähm, muss ich hier backtracken? Nö. Das lohnt sich nicht. Ah, okay. Dann einmal nach oben, bitte. So. 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 Wie schön. Ah, als nächstes. Gehen wir jetzt hier raus? Na, der hat ruhig runterfahren können. So, da geht's weiter. Da nehme ich auch das Damage jetzt mit. Na, da oben. Oh. Das ist interessant. Na komm, das ist gerade nicht so gut. So was habe ich doch gerade kein Leben. Und das war das letzte Secret. Hol. Ja. Gut, einmal. Zweimal. Wie soll ich da alles durch? Geht mir wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, wie das ohne größere Schmerzen geht, aber ich bin dafür zu faul. Ja doch, da sei ich zu faul, das irgendwie jetzt ruhig zu probieren. Knappes Ding. Knappes Ding. Okay. Ich hoffe, wir kriegen jetzt mal was zum mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.